Moin zusammen und willkommen zurück zu Unreal Engine. Heute geht es weiter und zwar wollen wir uns wieder mit dem Sequencer befassen. Allerdings davor noch eine Kleinigkeit und zwar ihr könnt rechts klicken und dann jeden Charakter oder jedes Objekt hier piloten. Das habe ich vielleicht bisher noch nicht erwähnt. Also wir können auch Twin Blast hier piloten. Dann sehen wir, wenn wir das so machen, dann verschiebt er sich so ein bisschen. Und ja, also das sollte man vielleicht auch wissen. Und wir können hier oben darüber wieder rausgehen sozusagen. Also wir können nicht nur die Kameras piloten, wobei es bei denen natürlich am allermeisten Sinn macht. Man kann auch Charaktere oder sowas piloten. Also quasi durch WASD und ganz normales Bewegen von unserer Kamera hier verschieben. So, wenn euch irgendwann mal der Viewport zu klein ist, könnt ihr hier übrigens auch auf Maximize und dann wieder Minimize gehen. Dann habt ihr hier natürlich eine bessere Sichtgröße sozusagen. Und letzter extrem guter Allgemeintipp, sage ich jetzt mal, warum es letztes Mal so seltsam ausgesehen hat, ist, weil wir hier natürlich die Kamera von Shot oder sowas gelockt hatten. Das heißt, wir haben hier erstmal Lock Viewport der Kamera gemacht und dann haben wir das Ganze im Master abgespielt. Der Master hat natürlich zwei Kameras hier. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt beides Mal dasselbe gezeigt. Ups, und da fällt mir gerade auf, dass das so nicht stimmt. Ich habe da noch ein bisschen nochmal dran rumgespielt. Wir müssen es allerdings jetzt so machen. So, und, ähm, Entschuldigung. Da ist natürlich jetzt ganz wichtig, dass wir erstmal hier links abschneiden, from left. So, und wenn wir jetzt hier natürlich weiter das Ganze zeigen, dann, ähm, ja, sehen wir immer noch dieselbe Kamera. Warum ist das so, weil wir hier auf diese Kamera gelockt haben? Das macht auch absolut Sinn und ist auch okay so. Aber wenn ihr das Ganze natürlich sehen wollt, dann müsst ihr hier auf die Kamera der Shots locken. Das heißt, wenn wir hier sind, zeigt es die Kamera und dann zeigt es eben diese Kamera hier. Und, ähm, ich habe nochmal ein bisschen dran rumgespielt. Es ist nicht besser geworden, nur ich habe noch ein paar Sachen ausprobiert, ähm, die ich euch teilweise auch heute zeigen will, die ich aber selber auch noch nicht so viel benutzt habe. Deswegen muss ich die natürlich immer vorher ausprobieren. So, also an sich eigentlich eine ziemlich simple Sache hier mit den Sequenzen. Aber es ist natürlich, äh, extrem umfangreich, was man damit alles machen kann. Und da habe ich auch schon angekündigt, da will ich auch noch was mit euch dann machen. So eine Art kleinen Wettbewerb oder sowas. Mal schauen. Ähm, aber das verrate ich jetzt noch nicht. Da dürft ihr dabei bleiben, das wird dann im letzten Video zum Sequencer hier sein. So, was wir heute machen wollen, ist Slow Motion und dazu gibt es diesen Play Rate Track. Und der funktioniert genauso mit Key Frames wie immer. Das heißt, wir setzen hier am Anfang, also wir wollen jetzt sagen wir mal den ersten Shot hier in Zeitlupe, so wie, er zieht seine Waffen und feuert oder sowas. Ähm, wollen wir in Zeitlupe laufen lassen. Deswegen sagen wir hier, wir wollen die Geschwindigkeit auf 0,2 stellen, erstellen einen Key Frame. Okay, und Achtung, jetzt haben wir natürlich, oh, das sollte natürlich nicht sein. Ah, jetzt zoomen wir mal ein bisschen ran hier. Na doch, so passt es doch, oder? Ja. Okay. Ähm, und wir sind bei Frame 26, wo das Ganze umspringt. Hier wollen wir auch einen Key Frame haben. Und, ähm, ihr könnt jetzt natürlich hier auch die Interpolation machen. Das heißt, was wir hier machen, und das ist jetzt auch nochmal sozusagen ein weiterer Trick, das könnt ihr bei jedem Key Frame machen. Wenn wir hier 1 machen, dann passt mal auf, wie Frame 0 abläuft. Also, ich stelle das jetzt mal auf Maximum, weil wir das im Endeffekt sehen wollen. Ähm, Zeitlupe am, oh, ups. Zeitlupe am Anfang und dann wird es immer schneller. Und dann geht es wieder mit normalem Speed weiter. Das heißt, das Ganze ist sozusagen, ähm, ja, linear oder auf jeden Fall anders interpoliert, als wir das haben wollen. Wenn wir hier rechtsklick auf das Key Frame machen, können wir hier kubische Interpolationen einstellen. Das ist das Normale. Und da passiert dann eben sowas wie, ähm, am Anfang sehr, sehr langsam und dann geht es so exponentiell hoch und dann nähert es sich dem an. Das heißt, wir haben eigentlich hier nicht überall 0,1, sondern wir haben hier am Anfang 0,1, hier haben wir, also hier in Frame 13 oder sowas, haben wir ziemlich genau 0,6 oder so, also sehen wir sogar hier, 0,6 ist es da. Ha, habe ich gut gerechnet im Kopf. Dann haben wir hier im Frame 14 haben wir 0,6 für irgendwas und da sehen wir dann immer den interpolierten Wert, der hier steht. Also hier könnt ihr auch gerne mal die Kurve verfolgen. Also am Anfang sind wir bei 0,2 und dann gehen wir relativ schnell hoch auf eigentlich 0,8 irgendwas und das ist ja schon fast keine Zeitlupe mehr und dann nähern wir uns dem 1,0 an und ab Frame 26 haben wir wieder 1,0. Das ist super gut, wenn ihr irgendwie eine Kamerabewegung machen wollt, da geht das auch. Ich zeige es euch gerade nochmal kurz. Hier hatten wir eine Kamerabewegung drin. Hier haben wir auch diese, bei diesem Transformation haben wir auch kubische Interpolationen drin. Das heißt, wir verfolgen auch diese Kamera und hier kann man auch umstellen. Das ist aber auch super okay für eine Kamera, aber hier wollen wir natürlich den Anfang in Zeitlupe und dann wollen wir nach dem Shot hier, also im Shot 0,0,1,1-0,1 wollen wir natürlich wieder normal weiterlaufen und deswegen machen wir hier einen Rechtsklick drauf, einen Rechtsklick drauf und sagen hier Konstant. Das heißt, wir sehen hier, hier ist 1,0, ah okay und dann wird es natürlich hier sozusagen 0, irgendwas immer so interpoliert. Und das ist auch okay so, weil wir machen jetzt hier noch einen Keyframe rein und sagen hier wollen wir 0, hier wollen wir 0,2 haben, 0,2. Ach ja, man muss den Punkt benutzen übrigens, nicht das Komma, das mache ich manchmal falsch. Dann schalten wir hier dieses Snapping aus und zoomen noch weiter rein, damit wir hier sozusagen ganz nah dran kommen bei Frame 25,90 irgendwas. Das heißt, es ist quasi, ähm, Entschuldigung, das ist quasi hier permanent auf 0,2. Obwohl es hier ein bisschen runter geht, warum geht es nicht hier runter? Äh, okay, das wollen wir natürlich nicht. Wir wollen nicht, dass es hier runter geht. Sollen wir mal linear machen? What the fuck? Okay, also manchmal ist es ein bisschen weird hier, was es auch immer tut. Ich weiß nicht genau, ich mache hier mal Snapping wieder übrigens an. Ähm, ah, hier ist jetzt 0,1. Warum auch immer 0,1? Ich will hier eigentlich überall 0,2 haben. Und, äh, hier sehen wir dann, dass es auf 1,0 geht. Ich habe hier auch 0,2 eingetragen. Egal, auf jeden Fall, so ein paar Kleinigkeiten machen uns ja eigentlich nichts. Und wenn wir jetzt hier dieses, ähm, dieses Snapping haben wir jetzt ja off, also ausgedreht sozusagen. Das heißt, wenn wir hier das Ganze jetzt wieder verfolgen, dann sehen wir, hier haben wir eigentlich überall Slowmotion. Bäm! Voll ins Gesicht. Und das ist immer noch in Zeitlupe. Und hier geht es dann wieder normal weiter. Ja, und da läuft er einfach ganz normal wieder durch. Also schon irgendwie ein cooler Effekt. Aber man muss nur wissen, wie man ihn grob einsetzen kann. Und das soll es eigentlich für heute auch schon wieder gewesen sein. Ihr wisst ja, jetzt kommen eigentlich nur noch diese Features sozusagen, die man nicht zwangsläufig braucht. Das Wichtigste sind tatsächlich Kameras, Shots und, ähm, ja, die Animationen logischerweise. Aber die sind eigentlich woanders durch. Ähm, und ihr könnt hier jederzeit auch natürlich noch Audio einfügen. Events, weiß ich nicht, ob ich das noch mache hier. Ähm, da kann man Events triggern außerhalb von, also über Blueprints sozusagen. Hier über die Events kann man Blueprints triggern. Und, ja, das ist eigentlich auch schon alles, was ich euch dazu zeigen möchte. Ähm, was wir jetzt noch machen, wo, nee, das machen wir nächstes Video. Ähm, ja, nächstes Video machen wir dann Takes. Und das war es dann von meiner Seite für dieses Video auch wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir haben uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.